Hey, in diesem Video möchte ich dir den Direktzugang zu Klick-Tipp geben. Du kannst über die Links, die du findest in der Videobeschreibung, für einen Euro Klick-Tipp testen. Du brauchst dich dafür nicht in das Webinar anzumelden, sondern du kannst direkt loslegen und das Ganze mal testen. Ich habe dir hier drei Versionen hinzugefügt. Einmal die Standard-Version, dann die Premium-Version und dann auch die Deluxe-Version. Wenn du Anfänger bist, kann ich dir die Standard-Version einfach mal empfehlen, dass du die einfach mal testest. Oder wenn du schon fortgeschritten bist und du meinst, du brauchst auch Split-Test-Funktionen etc., kann ich dir die Premium-Version empfehlen. Und die Deluxe-Version ist dann wirklich für diejenigen, die das volle Spektrum von Klick-Tipp nutzen wollen. Du kannst dir hier in diesem Video mal in Ruhe alles lesen, was hier geboten wird und kannst dich dann für eine Version entscheiden. Wie gesagt, alle sind für einen Euro. Du hast sofort den Direktzugang. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deinem E-Mail-Marketing und mach's gut.